Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um Signalklassen. Wir machen ganz kurz sozusagen einen kleinen Exkurs, weil wir ja damit auch irgendwie arbeiten müssen, wenn wir mit Signalen arbeiten. Das heißt, wenn wir ein Signal von unserer Leitung lesen, dann ist es erstmal analog normalerweise. Also je nachdem, was für ein Signal ihr habt, habt ihr analoge Signale. Sprich, ihr habt hier ein kontinuierliches Signal. Auch wenn ich jetzt gerade in meinem Mikrofon spreche, das was ich spreche ist eigentlich eine Welle. Also das soll ungefähr eine Welle darstellen. Ich weiß, es ist nicht gerade hübsch geworden, aber ganz grob kommt es hin. Und was wir hier sprechen, beziehungsweise was wir von unseren Kabeln ablesen, ist kontinuierlich. Und ja, Signaltechnik kommt euch eigentlich nicht nur da entgegen, sondern relativ häufig. Und deswegen dachte ich mir, macht es auch hier Sinn, das mal genauer zu erklären. Denn ja, vielleicht braucht es mal irgendwann anders noch. Okay, was wir brauchen für unseren PC, damit der es verstehen kann, ist nicht das analoge Signal hier links oben, sondern das digitale Signal hier unten rechts. Und dazu müssen wir das ganze Ding zeitdiskret und wertdiskret machen. Das heißt, wertdiskret finden wir hier unten, zeitdiskret finden wir hier, aber wir wollen sowohl wert als auch zeitdiskret und nicht mehr kontinuierlich. Kontinuierlich ist das ganze Ding einfach eine Kurve und wir wollen das jetzt hier runter befördern. Wenn wir es vom Kabel ablesen zum Beispiel oder keine Ahnung, wenn ihr auch irgendwie Gehirnwellen mit irgendwelchen Elektroden ablesen wollt, dann braucht ihr den Kram auch. So, wie machen wir das jetzt also? Wir sagen, wir quantisieren und wir samplen. Quantisierung befördert es von wertkontinuierlich in wertdiskret und ein Sampling befördert mein Signal von zeitkontinuierlich bis auf zeitdiskret. Sprich von links nach rechts und Quantisierung ist von oben nach unten. Wir wollen natürlich hier unten rechts hin. Okay, was wir als erstes ausführen ist völlig Bums. Wir wollen aber natürlich beides ausführen, deswegen zeige ich euch ganz kurz, wie das funktioniert. Zum einen wollen wir ein Sampling durchführen. Sampling, wie gesagt, von links nach rechts. Jetzt, was mache ich bei einem Sampling? Naja, ich schaue einfach bei, sagen wir mal, das hier unten sind Sekundenabschnitte. Ist eigentlich viel zu häufig, äh, viel zu selten. Wir machen das Ganze viel, viel häufiger und zwar 48.000 Mal in der Sekunde bei Sprache zum Beispiel. Daher die 48 Kilohertz, die ihr da findet. Ähm, und was wir hier machen ist, wir gucken, sagen wir mal, bei uns ist es jetzt eine Sekunde. Dieser Zeitabschnitt hier jeweils, also das ist eine Sekunde, das ist eine Sekunde, das ist eine Sekunde und so weiter und so fort. Wir schauen bei Sekunde 0 nach, was für einen Wert hat denn eigentlich mein Signal gerade. Und dann sagen wir, okay, die nächste Sekunde hat diesen Wert. Oder, was wir auch machen können ist, wir berechnen den Durchschnitt davon. Da muss man dann aber schon wieder ein bisschen mehr machen. Wir sagen sozusagen, okay, hier ist mein Signal und zwar eine Sekunde lang. Und es geht nicht mehr so rauf und runter. Wenn jetzt in dieser Zeit hier sowas passieren würde, oh, ja, äh, nein, so nicht. Ähm, dazu müsste ich mal wieder hier meine Linie ein bisschen kleiner stellen. So, mein Signal, ja, ist ungefähr so. Dann würdet ihr das nicht merken, es wäre einfach genormt sozusagen. Das ist auch der Vorteil von diesen zeitdiskreten Werten. Ähm, ihr habt sozusagen einfach vereinfacht, wie euer Signal dargestellt werden soll. Denn der Rechner muss das ja auch noch irgendwie verarbeiten können. Okay, also wir machen das einfach für die erste Sekunde. Dann schauen wir bei Sekunde 1, wie ist der Wert da. Sagen, okay, das ist mein Wert. Also bleibt der bis Sekunde 2 anfängt. Dann bis Sekunde 3 anfängt und so weiter und so fort. Okay, so, jetzt was passiert bei der Quantisierung? Bei der Quantisierung schaue ich, ähm, so lange. Also ich schaue quasi, ähm, für mein komplettes Signal schaue ich von der Sekunde 0 ab und überprüfe jedes Mal, also so häufig ich kann sozusagen, eigentlich immer. Ähm, eigentlich kann man das auch so gar nicht direkt perfekt machen, denn man muss schon so halb gesampelt haben, bevor man quantisieren kann. Ähm, wir schauen, ist der Wert näher an dem oberen Strang hier oder ist er näher an dem unteren Strang? Und das machen wir die ganze Zeit bis zu einem Punkt, wo wir dann eben springen müssen, weil der Wert plötzlich auf einmal näher an dem unteren Signal ist. Das bedeutet, wir springen von diesem Strang hier oben auf den nächsten Strang und dann schauen wir die ganze Zeit weiter, ist er näher an dem zweiten Strang oder an diesem dritten und wie nah ist er an dem unteren, an welchem ist er näher und so weiter und so fort. Das heißt, wir sagen hier immer, wir runden sozusagen unser Signal permanent ab auf den jeweils nächsten Wert. So, und wenn ich jetzt mein, wenn ich das Ganze jetzt auf mein zeitdiskretes Signal hier anwende, also diese Quantisierung auf mein zeitdiskretes Signal anwende, dann komme ich auf, bei meinem digitalen Signal zurück, da habe ich jetzt auch schon überall diese Hilfslinien eingetragen und wir sehen, aha, wir haben immer denselben Wert zwischen der 0. und der 1. Sekunde, zwischen der 1. und der 2. Sekunde, zwischen der 2. und der 3. und so weiter und so fort. Und die Werte haben nur noch feste, ja, Werte sozusagen. Das heißt, sie können in der 0 sein, sie können 1 sein, sie können 2 sein und sie können 3 sein. Und das nennt sich dann digitales Signal, weil wir hier eben nicht mehr unrunde Werte haben, sondern gerundete Werte und feste Werte für komplette Sekunden in unserem Fall. Wie gesagt, normalerweise macht man das Ganze häufiger und man hat viel, viel mehr Werte. Also man macht es 48.000 Mal die Sekunde und man hat, keine Ahnung, wie viel hat ein Integer, keine Ahnung, irgendwie sowas in die Richtung. Also sehr, sehr viele mögliche Werte und sehr, sehr häufig das Ganze. Also es ist fast kontinuierlich, aber es ist darstellbar von unserem Rechner. Ja, gut, weil ein kontinuierliches Signal kann man eigentlich nur als Kurve darstellen und eine Beschreibung für eine Kurve zu finden, das ist tatsächlich nicht so einfach. Vor allem, wenn die Kurve so wibbelwobbel ist, wie ich jetzt gerade hier ins Mikrofon spreche. Ja, das sind die Signalklassen. Wir brauchen, wie gesagt, ein digitales Signal auf unserem Rechner und ein analoges Signal auf den meisten Kabeln. Also zum Beispiel auch WiFi hat ja analoge Signale, fast zumindest. Aber wir werden jetzt einfach in Zukunft davon ausgeben, dass wir mit digitalen Signalen unsere Kabel bespeisen können, also an oder aus. In Wahrheit behaltet es vielleicht im Hinterkopf, sind die Dinger aber eigentlich so kontinuierlich und analog wie hier oben und nicht so wie hier unten. Okay, das als Vollständigkeitsergänzung sozusagen. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Exkurs gefallen und bis dann. Ciao.